Ja, liebe Freunde, das Jahr neigt sich leider dem Ende zu, aber es war schon krass, weil ich habe dieses Jahr sehr viel dazugelernt, so viele coole neue Leute kennengelernt, so viel erlebt. Ja, ich wollte auch mal wieder Danke sagen für den krassen Support, den ihr mir gebt. Euer Feedback bedeutet mir einfach so viel, eure Kommentare, ich lese mir immer alles durch und versuche auch jedem zu antworten, was bei meiner Reichweite eh nicht schwer ist. Und ja, ich wünsche euch einfach mal viel Spaß bei meinem ersten Best-of und wenn ihr noch kein Abonnent seid und nichts mehr verpassen wollt, dann lasst einfach mal dem Kanal ein Abo da. Viel Spaß bei dem Video. Hi, 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 I'm welcome, I'm welcome, hi. Oh mein Gott, ich werde dünn. Oh. Digga, ich such schon den ganzen Tag Pokémon ab, was soll das denn? Digga, ich such schon den Tag. Kommen wir nun zu dem ersten Life-Fack. Flampierte Banane. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist diese Banane in den Ofen zu stecken. What the freaking banana. Mal was für dich. Ne, 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 geh mal weg, geh mal weg. Ich schwör, ich mach dich schon weg. Geh mal weg, bitte scheiße. Jo, das sieht mega geil aus. Ich nehme das hier. Ja, ich komm. Ach, du Scheiße. Ja, 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 was ist denn hier? Schon. Fuck. Run. Oh mein Gott, ich werde eine Freundin haben. In China ist etwas sehr Tragisches passiert. Dieser Sack Reis ist heute Nachmittag ungefallen. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist das Schönste im ganzen Land? Du nicht, du Penner. Glaubst du, du könntest ein YouTube-Star werden wie die Außenseiter, Julienka und so weiter? Hm. Nein. Tschüss. Nö. Nö. Okay, 3, 2, 1, go! Jo, Tobi, herzlichen Glückwunsch für deine ersten 100 Abonnenten auf YouTube. Wir sehen, du hast gerade sehr viel Spaß auf deiner Party. Wir stören dich nicht weiter und wünschen dir noch alles Gute. Also, hau rein! Ulle! I'm ready! Wer ist halt in den Ostjumpier? Warum hast du mit YouTube angefangen? Jo, die Frage ist eigentlich ganz simpel zum Antworten. Weil ich gerne die Leute zum Lachen bringe. Stimmt's, Jungs? Nee, du bist scheiße! Jungs, 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 Jungs! Ich bin ein Prank! Es war ein Prank! Es war ein Prank! So, du musst deinen Körper so wie das. Wie ein Wolf. Satan, die Helwette! Wie Ompi-Rompe-Ephene. Leute, wir sind gerade an einer mega geilen Brücke. Und zwar seht ihr diese Ketten da oben? Kein Plan! Wahrscheinlich sieht man sie hier. Ja, ich seh's. Ähm, das ist aufgebaut wie so eine Fahrradkette. Und genau in der Mitte geht das alle... Was? Wie funktioniert das? Ein Ton! Ein Ton! Ein... Ein Ton! Zwei Giganten treffen aufeinander zu. Jetzt hink! Ein Ton! Ein Ton! Ein Ton! Alles klar, ja! Alles klar! Alles klar! Alles klar! Wir spielen jetzt Schere-Stein-Papier. Der erste, der verliert, springt rein ins dunkle Meer. Und der zweite muss auch gleich da hinten, ok? Verschwörchen? Ja! Schere-Stein-Papier! Wie hier? Fuck! Fuck! Okay, komm da, weil das ist nicht so, weil so ist die Ding. I'm Johnny Knox, welcome to Jackass! Ich fahr nichts! Ah! Was ist? Was ist? Es ist so dunkel! Geh weg, geh weg, geh zu nie! Wie war's? Ich war warm! Voll warm! Mega warm! Boah, der verdammt! Jackass! Ha! Hey! Lösch deinen Kanal! Hä? Warum soll ich das denn machen? Ich geb dir auch Geld! Aha! Hä? Das sind doch bloß 3 Euro! Kannst du dir einen Döner davon kaufen? Okay! Was ist ne, was du zu verdammt? Was ist ne, was du zu verdammt? Was ist ne, was du zu verdammt? Was ist das?